Der Job ist nicht immer einfach, aber es gibt mir auch wieder viel. Wenn ich jetzt oben den Kunststrahlen sehe und er zufrieden ist, ist er wahnsinnig zufrieden. Und ich bin auch zufrieden. Hallo. Hey. Merci für den Obers mitnehmen. Das ist das, was mir am besten passt. Jeden Morgen dürfen aufstehen, einen Sonnenaufgang erleben. In dieser einmaligen Landschaft ist das, was mich motiviert. Als Bergführer ist mir immer mit Gästen unterwegs. Das Zwischenmenschliche gefällt mir unheimlich gut. Das ist der Ausgang unserer Skitour. Das ist jetzt Andermatt. Wir steigen heute auf die richtige Spitze. Und dann schauen wir, wie weit wir gehen. Und das Ziel ist schön hängen zu fahren, einen schönen Schnee zu finden. Perfekt, dann haben wir den Kreis geschlossen. Das ist gut. Ja, dann gehen wir. Perfekt. 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 Hallo! Hey! Hey! Danke für den Morgen mitnehmen! Perfekt! Immer wieder! Zeit für das Bier! Perfekt!